Hallo Leute und Willkommen zu einer Runde Toy Story 2 auf dem Nintendo 64 und ja, da ich jetzt auch die Möglichkeit habe, mehr oder weniger Konsolenspiele aufzunehmen, ich spreche jetzt mal für die älteren Konsolen, möchte ich ein paar Nintendo 64 Klassiker zeigen, unter anderem, Ui, jetzt geht das hier schon weiter, unter anderem, ja, Toy Story 2, was ich damals, oh, jetzt geht das hier schon, Demo-Mode, Alter, ich will das aber nicht, ja, unter anderem Toy Story 2, was ich damals sehr, sehr gerne gespielt habe und das werden wir heute mal, ja, ich sag mal, ein bisschen anspielen und ja, schauen wir mal, wie weit wir kommen, jetzt müssen wir erstmal hier wieder durch das Intro und ja, ich will das jetzt mal öfters machen, dass ich immer mal so, ein Spiel hier, warum geht Start nicht, warte mal, wir sind gleich wieder da, so und da sind wir wieder, ich hab hier irgendwie, ich spiele das nämlich mit einem anderen Controller, und ja, Play Game, woher man natürlich, Andys House ist das erste Level, und dann fangen wir auch an, Level 1, Andys House, so, Summer is here, and Andy of the Cowboy Camp, also Andy geht zum Cowboy Camp hier, weil Summer ist, roter Alarm, so, Bas und seine Freunde, was, wollen, äh, die Freunde verteidigen hier, bevor sie am Flohmarkt verkauft wurden, also wir sind hier bei Toy Story 2, also vom Film auch her aus, wer hätte das gedacht, und da wurde hier der Woody verkauft, bzw. ja, gestohlen war das hier, und ja, jetzt sind wir hier, ich muss erstmal wieder hier gucken, was macht das denn gegnern, kann man hier so kaputt machen, bam 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 bam, jetzt sind wir hier in Andys Zimmer, und müssen, ja, unseren Woody hier wieder befreien, glaube ich, und erstmal wieder gucken, die Steuer, warum geht der da nicht hoch, okay, so, so, okay, das kann er so machen, ja, ich muss mich erstmal hier wieder einfinden, das ist wirklich, naja, okay, Jahre jetzt nicht her, aber es ist schon ziemlich lange her, als ich das das letzte Mal gespielt habe, so, was ist denn das hier, if you see the push icon, you can run into the object and push it, ah, okay, also mal, wenn wir das haben, können wir hier, das Symbol hier, also dieses Objekt hier so verschieben, und jetzt können wir hier weiter, aufs Bett, ja, das möchte ich aber gerade mal da oben, das war hier mit den C-Tasten, so, was können wir hier pushen, oder kann man da drauf gehen, if you press the A-Button you once, achso, ja, okay, das war, dass wir uns da festhalten können, und weiter hoch geht's, so, hier können wir uns, glaube ich, auch hochrangeln, ja, das waren schon die Spiele von damals, die sind einfach richtig premium, schon allein die ganze Musik, so, achso, das ist so eine Art Tutorial, kann man hier sagen, okay, wir können hier irgendwie nicht loslassen, so, jetzt auch nochmal münzen, oh, was haben wir denn hier, ah, dann haben wir mehr Leben, so, you can target your laser by using your visual view, okay, den rechten Schulterbutton, okay, das war, achso, okay, oh je, was ist denn, okay, das war springen, was eine präzise Steuerung, aber, ich will ja jetzt hier nicht meckern, so war das halt damals, so, oh, du bist hier wieder gespawnt, irgendwie, okay, ja, Zimmer haben wir damit, glaube ich, abgeschlossen, gehen wir mal weiter, oh, da war ein Gegner, oh, das ist hier mal, mit der Kamera, kann man die, ich habe jetzt hier die C-Knöpfe, warte mal, so macht er hier so ein, so ein Wirbler, weil ich kann mich jetzt hier irgendwie nicht so umgucken, so, warte mal, da geht es hoch, da geht es auch, glaube ich, dann zum ersten Endgegner hoch, deswegen gehen wir hier erstmal rund, oh, da haben wir eine Batterie, oh, da haben sie schon mehr gerufen, aber ich will diese Batterie haben, jawohl, was auch immer die Batterie macht, so, gehen wir mal hier in die Garage zuerst, wir wollen hier ja alles erkunden, bam, 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 komm, komm, da hinten war noch ein Gegner, ich habe dich gesehen, so, fangen wir doch mal hier an, hier geht es doch auch hoch, so, Minze, da gehen wir mal hier weiter über die, was Werkbank ist es, okay, hier aufpassen, so, wunderbar, nein, ey, was für ein Penner, warum fängt er da nicht dran, man kann aber irgendwie hier die, die Kamera nicht drehen, boah, die Gegner, die spawnen aber auch immer wieder, oder, aber die können eh nix, die können eh nix, muss ich halt, mal, wenn ich mich so umdrehe, jawohl, jetzt, und so weiter, bam, Junge, boah, jetzt muss ich auf das Ding da hinten, okay, das geht doch klar, so, jetzt sind wir jetzt nochmal ganz schön weit, wer hat denn bitte drei Bohre in seiner Garage, also beide, oder war eine Münze, verdammt, die will ich haben, müssen wir nochmal zurück, ach, verdammt, ah, die Batterie war unser Live, alles klar, also voll so das wichtige Item, nein, nein, ich hab den nicht gesehen, ich hab gedacht, der wird in der Mülltonne stecken, willst du mich verarschen, jetzt muss ich den ganzen Weg nochmal gehen, boah, naja, komm, was soll's, machen wir das eben nochmal, weil nicht so nett, ist schwierig, aber nervig, so, und ich hab Schraubenzieher hier festgelegt, na komm, geh, Kamera, okay, er kommt Drehdurch, so, 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 wunderbar, so, jetzt wissen wir ja, dass das Ding hier weiter vorne hängt, so, Junge, was macht der, Hä, jetzt haben wir so eine Art Checkpoint, oder was, okay, so, Batterie ist voll, Kamera, wo die Kamera will sich um, die Kamera verdreht sich ums Verrecken nicht hier, oder warte, ach so, warte mal, ich glaube, ich muss da weiter aufs Auto, jawohl, aber hier sind ja auch Münzen, so, oh, was haben wir denn da, was ist denn das, hä, verstehe ich jetzt nicht so ganz, was das uns gebracht hat, aber viel mehr würde ich jetzt gerne wissen, ich glaube, wir müssen hier über die Lampe, boah, was mache ich denn hier für crazy Sachen, ich wollte unbedingt die Münze haben, so, bam, voll die geilen Moves gezeigt, na komm, da mit ein, ich will hier nicht so, so, bam, 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 so, du hast hier mehr gemacht, was machst du denn, dich können wir einsammeln, alles klar, ja und du, ja, das war's glaube ich, ne, gehen wir mal, bam, gehen wir mal hier runter, oh, hier haben wir ja das RC-Car, können wir mit dir was machen, hi, bus, I challenge you to go race, drei laps um das Auto, I will give you a pizza planet token, ready to race, okay, machen wir das doch mal, bin ich schneller, wenn ich springe, da rüber fliege, über diese grüne Substanz, ah, ah, fuck you, so, let's go, du kannst mal hier schön hinten bleiben, so, und da ist so viel, komm, komm, das schaffen wir, jawoll, ein Pizza-Planeten-Token, jawoll, keep on playing, exit level, nein, keep on playing natürlich, so, dann können wir hier wieder aus der Garage raus, die haben wir abgeschlossen, dann schauen wir uns mal hier im Wohnzimmer um, what haben wir denn hier so, ich glaube, da können wir hier, oh, da ist das Schwein, okay, da können wir irgendwie, okay, wir können doch hoch, Spider-Pig, was, 50 Coins, I will give you a Pizza-Planet, okay, also die Dinger, die goldenen Münzen, die wir hier schon die ganze Zeit sammeln, da bekommen wir für 50 Stück, nein, ich will nicht mit dem reden, ja, super, ja, ey, hol dir doch den einen Coin da oben, Buzz, was ist denn los mit dir, du bist doch viel mehr als noch ein Spielzeug, jawoll, was ist denn das hier, Stampfattacke oder so, muss man da machen, erstmal hier, Tutorial, ich weiß nicht mehr, wie das geht, der A-Button, und dann pressing C down, okay, bumm Junge, ich bin Buzz Light hier, cool, jetzt sind wir schon ganz viel oben, oh, was haben wir hier, oh, ein Ohr von dem Typen, müssen wir da auch ein bisschen was sammeln, ne, nein, warum hält er sich da nicht fest, ey, was ist denn das für einer, wow, jawoll, so, auf dem Tisch, da ist auch noch ne Münze, da kommen wir bestimmt auch hier mit der Stampfattacke dran, beziehungsweise, indem wir da so rüberfliegen, bumm uns die erstmal, wo ganz knapp hier, das Ding hier, das ignorieren wir erstmal hier gekonnt, und jetzt, ja, gehen wir wieder nochmal da rüber, aber da muss ich doch, oh, da muss ich doch da drüben irgendwie festhalten können, oder, oder warte mal, nein, das war's nicht, okay, so, geh auch wieder raus, okay, geht doch, so, 35 haben wir schon, by the way, so, und darum haben wir ein weiteres, Schafdingens, und da, noch ne Münze, sehr geil, ja, das war das Wohnzimmer hier, glaube ich, und ja, hier werden wir mal die erste Folge beenden, ich bedanke mich für's Zuschauen, und wir sehen uns an, ja, in der nächsten Folge von Toy Story 2, und da die, und da, Vielen Dank.